Vergleiche schließen, Vertragsbrüche versilbern. Wollen Sie schon immer Geld ohne Ende scheffen? Und zwar mit einer Methode, die keinen Vergleich scheut, und zwar buchstäblich? Entdecken Sie die Methode Reich durch Vergleich. Lassen Sie sich nicht länger von Prellern, Bauernfängern und Halunken über den Tisch ziehen. Versilbern Sie die Wort- und Vertragsbrüche Ihrer Geschäftspartner oder Lieferanten. Schrauben Sie Ihre Ausgaben herunter, steigern Sie zugleich Ihre Lebensqualität und häufen Sie gewaltige finanzielle Reserven an. Und das alles mit der simplen Methode Reich durch Vergleich. Ob Sie es glauben oder nicht, aber die meisten Millionäre sind deshalb so reich geworden, weil Ihnen andere unbedingt ans Leder wollen. Oder Sie betrügen. Die Millionäre haben den Spieß dann einfach umgedreht. Sie haben den Übeltätern einfach einen Vergleich angeboten und haben es auf diese Weise zu immensen Reichtum gebracht. Lassen Sie sich von mir zeigen, wie es die Millionäre machen. Und machen Sie es den Millionären einfach nach. Werden auch Sie systematisch reich durch Vergleich. Wenn Sie diesen Ratgeber lesen, werden Sie jede Menge Möglichkeiten kennen, um lukrative Vergleiche auszuhandeln. Immer dann, wenn man Ihnen Schrott, minderwertige Ware oder Dienstleistungen andrehen will, können Sie sich mit Hilfe dieses Ratgebers souverän wehren. Jede Menge Nachlässe einheimsen, zusätzliche Garantieleistungen einstreichen oder hohe Nachzahlungen fordern. Sie werden zu einem echten Fuchs in Sachen Vergleich. Und Sie lernen noch eine andere, auf den ersten Blick verblüffende Eigenschaft aller, die Millionär geworden sind, kennen. Sie lernen das Richtige um Professionelle sparen. Wenn Sie im Handumdrehen wohlhabend und finanziell unabhängig werden wollen, sollten Sie ab jetzt keinen Vergleich mehr scheuen. Schauen Sie auch auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Neuigkeiten. Oder auf dem YouTube-Kanal unter diesem Video finden Sie den direkten Link dorthin. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher.